Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgit's Musikstunde. Heute spielen wir eine Musette nach einer Melodie von Johann Sebastian Bach. Musette ist französisch und heißt auf Deutsch Dudelsack oder schottisches Stück. Wenn wir an schottisch denken, denken wir immer an Dudelsack. Ein Dudelsack hat immer einen gleichbleibenden Bass. Und so ist es auch in dieser Musette. Teilweise wird die rechte Hand begleitet von einem Dudelsackbass und an anderen Stellen spielen beide Hände parallel. Ich spiele es euch einmal vor. Nun geht's los an die Tasten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.